Ich bin Nationalparkwappführer und das hier ist meine Heimat. Geboren auf der Halbinsel Eiderstedt und seit über 40 Jahren im Detmarschen Zuhause. Im Winter kehrt hier ein wenig Ruhe ein, die Luft fühlt sich noch klarer an und die Hektik und der Lärm rücken in weiter Ferne. Wenn du diesen Virus hier einmal eingeatmet hast, der lässt sich nie wieder los. Den Winter an der Nordsee, den muss man noch erlebt haben. Die klare Luft, jeden Tag neue Himmelsfärbungen. Die Weite des Wärts, genau diese Momente mit Menschen zu teilen, darum geht's mir. Für einen Moment noch mal Kind zu sein und sich an den wesentlichen Dingen dieser Welt zu erfreuen, das möchte ich einfach so vermitteln, möchte ich so weitergeben. Eine Region zeigen, die weltweit ihresgleichen sucht. Denn darum fühle ich mich hier so wohl und geborgen und kann mit Stolz sagen, das ist meine Nordsee, das ist mein Zuhause. Das ist mein Zuhause. Vielen Dank.